Wir freuen uns recht, dass der Castellucci wieder zu uns gefunden hat, zu den Kickers. Er erschwert meine Arbeit, weil er ist sehr ehrgeizig. Er verlangt alles von mir ab. Ich finde es richtig gut, was er von Saarbrücken aus hierher gebracht hat. Das ganze professionelle Verhalten prägt ihn auch dadurch. Ich hoffe, er ist eine Bereicherung für das ganze Team. Meine Rückkehr nach Degerloch war auf jeden Fall eine schwierige Zeit die letzten zwei Jahre in Saarbrücken. Ich habe mich dann natürlich auch gefreut, dass der Kontakt zu den Kickers zustande gekommen ist. Wir haben uns dann gut unterhalten, gute Gespräche geführt. Es ist mir natürlich auch nicht schwer gefallen, wieder zurückzukommen hier nach Degerloch. Es hat natürlich auch eine schöne Zeit hier. Leider nicht mit dem Aufstieg in die Regionalliga gekrönt. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall wieder hier zu sein und hoffe, dass wir alle unsere gemeinsamen Ziele erreichen. Ich freue mich jetzt... Ich freue mich jetzt... ... Vielen Dank.